Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig übernommen freuen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video und schaut doch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, dort werden wir natürlich heute wieder die Hype Night spielen und heute im Video werde ich das dann auch nochmal genauer erklären, wie das ganze System jetzt funktioniert und es kommen natürlich die Highlights von der gestrigen Hype Night. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings als erstes den Item Shop an und heute haben wir den neuen Echo Skin, hier kann man zwei Stile wählen, einmal im Prinzip das Oberteil weiß ist, Unterteil schwarz und Haare schwarz und dann eben halt genau das Gegenteil davon, sieht auf jeden Fall eigentlich ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes die Zwielicht sichern, auch zum Doppel Echo Skin, das heißt sie werden auch neu sein und ebenfalls hier der Echo Jet. Wir haben auch beide weitere Steeda, nämlich einmal hier in dunkel und dann in hell, also auch wieder Farben einfach invertiert. Hier denke ich mal genau gleich, genau einmal die helle Version einfach davon, sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Dann haben wir als nächstes den Schlachtenhund, der ja auch schon sehr sehr lange nicht mehr im Shop war. Dazu die Silberzahn-Spitzhacke, dann haben wir den Schnorchel-Obskin und den Schneidskin. Dann Salterastisch, war glaube ich auch schon relativ lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir Echos noch, passend zu dem Doppel Echo Skin, beziehungsweise zum Doppel Echo Set und zum Echo Skin. Und dann haben wir auf großem Fuße und zu guter Letzt ein Neuhitzkopf. Das war es dann mit dem heutigen Shop Video, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ciao.